So liebe Freunde, hier ist LegionGamesLP natürlich nur für euch, heute mit einer neuen Folge von Road to Sergeant und heute einfach mal eine Runde Rush auf der Map Operation Metro. Von mehreren Leuten schon gewünscht gewesen, aber ich habe mich bisher immer erfolgreich dagegen gewehrt, denn äh, nun ja, Operation Metro, das hat nicht immer so viel mit Strategie zu tun, das ist eher so, wer die dickere Waffe in der Hand hat, der hat auch die dickere Frau. Okay, lassen wir das mal lieber. Sehr schön, wir spawnen mal einfach bei Erzengel Gabriel, sehr schön, kenne ich zwar nicht, aber egal, aber Engeln sollte man vertrauen. Nein, don't trust them, don't trust them. Junge, Junge, Junge. Okay, was haben wir denn für Ausrüstung dabei? Ach ja, M320 habe ich noch gar nicht zurückgerüstet sozusagen. Hätte ich mal machen sollen. Oh, da hinten sehe ich schon das Licht ein Scharfschützen. Oh, das ist die Polizei, die uns anhalten will wegen Fahrlässigkeit am Fahrradsteuer. Ja, oi, schnell runter. Nachladen, denn da war schon einer gewesen. Und Granate werfen. Alles klar, wir stoßen vor. Sehr schön, gut, den haben wir. Okay, komm, 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 komm. Ah, scheiße, verdammt nochmal, Junge. Da waren zwei gewesen, einen wollte ich hören, aber das ging leider nicht. Junge, MP5K als Scharfschütze verkleidet, es gibt keine größere Schande, Leute. Keine größere Schande. Gut, aber die M416 gefällt mir derzeit eigentlich ganz gut, ja. Das Iron Sight ist gar nicht mal so scheiße. Ist eigentlich ziemlich sexy, aber nicht sexuell anregend, ne. Nicht vergessen, gibt es einen Unterschied. Und mich stört das gerade immer, wenn ich zu euch gucke, dann sehe ich mich so weit weg. Gut, so ist es besser, so ist es schön. Hoi, Scharfschütze. Oh, jeder hat uns zum Glück nicht erwischt, gut. Freundesanfrage. Ey, ich bekomme so viele Freundesanfragen, das glaubt ihr gar nicht. Ich bekomme Erektionen davon. Lebe, verdammt nochmal. Mach was, Kollege. Kann doch nicht wahr sein. Der steht da einfach nur und guckt sich die Leute drumherum an. Okay. Eieieiei. Nein. Okay, ich hätte nicht eine auf Last Action Hero machen sollen. Ich hätte einfach da stehen bleiben sollen. Und abwarten. Aber nein, ich wollte was Cooles erreichen. Ich wollte so sagen, cool, dann habe ich was erreicht in diesem Video. Aber nein, hat nicht so geklappt. Egal. M4-16, sehr schön. Okay, komm. Ja, sauber, sauber, sauber. Ach ja, Leute, manchmal fühlt man sich doch wie Chuck Norris, oder? Okay, da hinten kacken uns die Leute schon mal wieder ab. Ist natürlich nicht so gut. Junge. Ich wollte schon sagen, verdammt nochmal, mein Aim ist manchmal sowas von aus der Hülle gegriffen. Ja, komm schon, Babinga. Junge. Leg dich nicht mit mir an. Okay, wir müssen jetzt aber mal langsam ein bisschen vorstoßen. Okay. Wir gehen lieber hier lang. Ja, sauber. Double Kill, Double Kill, Double Penetration. Okay, ich lebe. Okay. Ich hoffe, die kümmern sich jetzt darum. Gut, es ist Rush. Wir müssen vorstoßen, verdammt nochmal. Das kann ich nicht alleine machen. Komm schon, wo bist du? Ich wusste es. Ich... Bäm. Verdammt nochmal. G3, A3. Hä? Okay. Ich hab mich echt ein bisschen verarschen lassen von dem. Muss ich dazu sagen. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Unsere Kill Ratio Ratio ist gar nicht mal so schlecht. Heißt das Ratio oder Ratio? Kill Ratio, oder? Also Kill, äh, ja. Ihr wisst, was ich meine. Fachausdrücke. In der Gamer-Szene. Versteht sich. Gut, er schlängelt hier ein bisschen entlang. Los. Dum, 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 dum. Okay, so kommen wir wirklich nicht weiter. Ach, Leute. Es ist wie bei der Frau. Wir müssen vorstoßen. Eine Granate werfen natürlich. Okay, den haben wir. Und wir beleben kräftig wieder. Komm schon. Ja, sehr schön. Oi, oi, oi. Leute, Leute, Leute. Verdammt nochmal. Ich weiß, wir haben M320 ausgerüstet, aber Direct Hit. Okay, hätte ich mal nicht drauf geachtet. Hätte ich ihn doch mal lieber ins Gesicht geschossen. Dann wäre es eindeutig glorreich abgelaufen. Und ja, Big Ben the Beast hat mich getötet. Die coole Sau. Okay. Spawnbake, wo haben wir sie denn? Ja, schon besser. Oh, wo habe ich mich denn hier abgesetzt? Ja, das ist immer sinnvoll, diese Spawnbakes, ne? Die so weit vom Ziel entfernt sind. Ja, machen schon Sinn. Die helfen sehr, dem Spielfluss beizusteuern. Da habe ich doch noch einen gesehen. Ah ja, ja, ja. Werfen wir mal eine Granate. Vielleicht treffen wir aber zufällig jemanden. Okay, die haben uns leider zurückgehalten. Wir haben leider auch keine zwei Granaten dabei. Und Schleichmodus ist aktiviert. Vielleicht kommen wir so bis zur Kiste. Oh, ne, das... Ne, ich gehe wieder. Nein, Leute, wir können so nicht weitermachen. Ah, okay. Ah, ja, ja, ja. Halligalli. Halligalli. Okay, und er rockt da jetzt schön rum. Sehr schön. Ne, nicht schön, ne? Nur für die ist das schön. Nur für die. Gut. Okay, er befindet sich gerade auf dem besten Wege. Und dann würde ich sagen, wir nehmen die einfach mal von hinten. Wir schleichen uns grandios von hinten an. Okay, ich habe einen Scharfschützen gehört. Okay. Nein, nein. Nein, scheiße nochmal. Ich wollte den Messer an. Big Ben. Big Ben. Erinnert mich irgendwie an Kondome. Big Ben. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Okay. Ja, scheiße. Das Spawnbag ist weg. Jetzt haben wir hier wieder 5 Kilometer Fußmarsch vor uns. Ich glaube das nicht. Naja. Was willst du tun? Was willst du machen? Es gibt Sachen, die sucken. Wir verschießen jetzt einfach mal die Dinger. Vielleicht treffen wir irgendwann was. Aber ich glaube, dafür müssen wir um einiges höher zielen, ne? Ich glaube auch. Okay, da vorne ist aber jemand. Okay, hat sich erledigt. Okay. Wir ducken uns, werfen eine Granate und bleiben hier erstmal. Okay. Scheiße. Halluzination. Nix Gutes. Hey, scheiße. Okay. What? Mir wurde noch nicht mal Schaden angezeigt. Der war schon tot gewesen, wo er geschossen hat. So schien es jedenfalls für mich. Okay. Alles klar. Nein, er ist auch tot. Ey, scheiße nochmal. Wir müssen das hinkriegen. Okay, ich muss mich nur noch konzentrieren. Ich muss meine innere Mitte finden. Deswegen werde ich jetzt ruhiger. Ich werde nicht mehr so viel reden. Ich kann mich nicht dran halten. Okay, wenn nur einer auf die beiden schießt, dann kann ich da auch nicht wirklich viel dran machen. Ah, scheiße nochmal, ey. Von der Seite, von vorne, von hinten. Von der Mitte zur Titte. Okay. Er hat schon mal den Sand in den Kopf gesteckt. Den Kopf in den Sand gesteckt. Na, komm schon, ey. Was soll ich denn da machen? Bei so vielen Gegnern um mich herum. Da kann man einfach nichts mehr machen, wenn man wiederbelebt wird. Außer ehrenvoll abzutreten. Naja, so ehrenvoll war das jetzt auch nicht gewesen. Ei, 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 ei. Das ist mal hier eine Schande ohne gleiche. Mann, Mann, Mann. Ich kann es nicht akzeptieren. Es tut mir leid, aber ich kann so nicht weiterleben. Was tue ich jetzt? Breche ich diese Serie ab? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, gegen den Baum zu schießen macht nicht so viel Sinn. Okay, komm. Kommt mit euren Köpfchen hier hin. Ach so. Am Spawn stellen wir uns auch schon die Leute weg. Alles klar, ist cool. Mag ich. Okay, da haben wir ihn nochmal gerettet. Gut, 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 gut. Lad nach, lad nach, die Scheiße. Lad nach, die Scheiße. Okay, hat er schon. Unsichtbar. Okay, wir tun nur so, als wenn wir uns zurückziehen. Okay, jetzt tun wir wirklich so, als wenn wir uns zurückziehen. Ich habe Angst, dass mir gleich hier jemand rübergesprungen kommt. Ich weiß, da ist noch irgendwo einer. Alles klar, den haben wir auch noch. Okay. Ja, sehr schön, gut. So muss das. Wäre das jetzt ein Team Deathmatch gewesen, dann wäre das jetzt gerade ziemlich auf den Titten geil gewesen. Aber es war Rush und deswegen hat das nicht so viel gebracht. Nur ein bisschen. Ach so, da ist noch einer. Ach, Scheiße, Muni leer. Okay. Ah, die Wands haben wir auch noch bekommen. Okay. Naja, wir haben verloren, Leute. Macht doch nix, macht doch nix. Alles cool. Also es macht mich nur sympathisch, oder? Dass ich auch mal den anderen Leuten den Sieg zuspreche. Ja. Okay. Naja. Aber es war eine lustige Runde. Ich habe gut Kills gemacht eigentlich für Rush. Dafür, dass wir verloren haben. Ja, ich versuche mich jetzt rauszureden, damit das im coolen Licht erscheint hier. Ja? Haftbefehl? Okay. Gut. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich damit von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Road to Sergeant wieder. Ciao, Leute. Horeo. So, so, so.